Hallo, wir sind heute für Sie unterwegs und zwar auf dem legendären Hockenheimring zur ADAC 24 Stunden E-Competition. Das bedeutet, hier werden jetzt 24 Stunden E-Autos gegeneinander antreten. Und zwar geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um die richtige Strategie. Das bedeutet, die Teams müssen sich ganz genau überlegen, wann zum Beispiel geladen wird. Es ist total spannend. Es gibt hier unterschiedliche Modelle aus unterschiedlichen Klassen. Das wird natürlich auch unterschiedlich bewertet. Und wir kriegen ganz viele Informationen zur E-Mobilität. Deswegen bleiben Sie dran. Es lohnt sich. So, ich bin wieder in einer anderen Boxengasse. Und auch hier gibt es etwas zu entdecken. Da sind zwei nette Herren, die warten schon auf mich. Und ich bin ganz gespannt, was Sie mir erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Willkommen zum 24 Stunden E-Competition auf dem Hockenheimring. Genau. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes zu entdecken, habe ich gehört. Wir wissen ganz genau, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man tolle E-Autos hat, sondern man muss die ja vielleicht eventuell auch reparieren. Was gibt es da dazu zu entdecken? Genau. Wir haben was ganz Interessantes gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Pilotprojekt zusammen mit der Firma VIA. Und da darf ich gerade mal hier einen kleinen Überraschungstrack machen. Wenn man zum Friseur geht, der hat ja nicht nur die Schere und das Shampoo zu waschen, sondern man braucht ja noch zusätzliches Equipment. Und wir haben hier praktisch mit einem Händler zusammen, der auch Elektroautomobile unserer Marken vertreibt, einen Werkzeugkoffer entwickelt, wo wirklich nur das Werkzeug, was auch wichtig ist für den täglichen Bedarf und im Umgang mit Hochvoltechnik an E-Fahrzeugen, Plug-in-Hybriden und vollelektrischen zusammengebaut. Ja, und der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, ist der Christian Kasper von der Firma VIA. Und dann übergebe ich mal an dich, Christian. Das ist das Produkt, was wir entwickelt haben. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Das Produkt sehen Sie gleich noch besser, liebe Zuschauer. Ich stehe da jetzt gerade so wunderbar davor. Aber jetzt gehe ich erstmal rüber zu dem Herrn hier. Hallo, herzlich willkommen. Hi, Christian Kasper mein Name. Ich arbeite, wie der Kollege schon gesagt hat, von der Firma VIA Werkzeuge. Und wir sind spezialisiert im Hochvoltbereich. Ursprünglich hauptsächlich ist der Elektriker unser Hauptkunde. Und da wir jetzt Hochvolt in einer komplett neuen Kategorie haben, also sprich im Kraftfahrzeugbereich, haben wir unsere Expertise aus der Hochvolttechnik jetzt adaptiert zur E-Mobilität. Und gemeinsam mit unserer Endanwender, der Expertise von der Firma Jaguar und vom Herrn Matthias Schifferdecker, konnten wir dann ein Produkt entwickeln, welches genau zur E-Mobilität passt. Denn E-Mobilität betrifft nicht nur das fertige Produkt, also das Auto, sondern es ändert sich die komplette Anwendung darum. Sprich jetzt beispielsweise in der Werkstatt gibt es nicht nur Standardarbeitsplätze. Man braucht einen extra E-Mobilitätsarbeitsplatz. Und der braucht auch eine neue Ausstattung. Und darum haben wir uns gekümmert. Genau. Und das ist nämlich auch etwas, was viele dann immer bemängeln, dass sie sagen, oh Gott, es muss sich ja alles ändern. Aber gut ist es natürlich, wenn es sich dann auch schon wirklich direkt geändert hat und etwas solches angeboten wird. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also einfach deswegen, weil Sie wussten, es muss sich was ändern, oder? Ja genau. Also die Hochvolttechnik, wir sind da sensibilisiert. Da geht es auch um Menschenleben, wenn entsprechend was passiert. Da kümmern wir uns schon lange drum. Seit über zehn Jahren ist der Elektriker eben unser Kernsegment. Und dann war die Idee, klar, ich brauche im Hochvoltbereich, brauche ich komplett neue Anwendungen. Wir können es schon. Wir müssen nur in Anfangstrichen einen neuen Bereich verkaufen. Und da arbeiten wir gerade dran. Und deswegen sind wir hier. Genau. Also wir werden auch wieder hier die E-Mail-Adresse einblenden, beziehungsweise die Website-Adresse, dass Sie sich informieren können, wie Sie jetzt zum Beispiel an so einen Koffer kommen könnten. Das kann man erstellen. Genau. Natürlich. Also wir haben ein dreistufiges Vertriebskonzept. Das spricht, es wird über unsere Händler gehen. Wir sind direkt tätig, wenn es um Informationen geht. Wir zeigen dem Markt, was passiert. Aber wir haben ein breites Vertriebsnetz, bundesweit und natürlich auch weltweit, wo man dann diese Produkte beziehen kann. Super. Das ist mega interessant, finde ich zumindest. Und ich repariere normalerweise keine Autos. Aber ihr seid ja heute auch noch wegen was anderem hier. Nämlich, ihr startet hier heute auch bei der ADAC 24 Stunden E-Competition. Und mit diesem Jaguar, richtig? Wir starten genau mit diesem Fahrzeug, was Sie da sehen können. Genau. Und das Besondere an unserem Fahrzeug ist, wir machen Livestream. Das heißt 24 Stunden online, selbst mit Nachtsichtkamera. Und vielleicht mal ganz interessant, um das Auto kurz rum zu gehen. Wir haben das komplett vollgesteckt mit Technik. Und diese Technik sieht man hier. Moment. Das Thema Race Navigator werden auf verschiedenen Daten, Übertragungskanälen, die Fahrzeugtelemetriedaten, als auch die technischen Daten auf den Laptop übertragen. Das heißt, wir können alles, wie das Auto sich befindet, wie es sich fühlt, wie die Batterie drauf ist, können wir in Echtzeit scannen und erfassen. Ja, und wir übertragen dann über drei Kameras mit Nachtsichtfunktion auch das Aus dem Cockpit raus, auf die Fahrbahn, das gesamte Renngeschehen und sind das einzige Auto, was es während des Rennens macht. Super. Und wenn ich das dann im Nachhinein noch streamen will, weil wir ja den Bericht ein bisschen später senden, kann man das dann noch irgendwo sehen? Das kann man dann sehen. Da geht man auf die Homepage von der e-Competition. Und da wird es dann auch einen Link geben, einen entsprechenden Hinweis, wo man praktisch dieses Live-Video dementsprechend nochmal im Nachgang anschauen kann. Super. Also ich würde sagen, da gucken wir auf jeden Fall mal drauf. Und ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, viel Glück und ich hoffe, Sie haben die richtige Strategie. Genau, wir haben immer eine Handbreit Luft und genügend Luft im Reifen und unter dem Auto. Insofern haben wir uns eine gute Strategie überlegt und hoffen, dass wir da ziemlich weit vorne dabei sein werden. Danke. Super. So, hier gibt es heute nicht nur vier rädrige Fahrzeuge, die quasi ehemäßig unterwegs sind, sondern auch Dreiräder. Und hier an meiner Seite ist der Franz und der erzählt uns jetzt mal, was es mit diesen Dreirädern daneben dran auf sich hat. Ja, wir sind ein kleiner Schweizer Hersteller von elektrifizierten Dreirädern, also in der L2E-Klasse. Klassischer Beitrag zum Thema Smart Urban Mobility. Die gibt es in zwei Versionen, also quasi eine Private-Version. Die hat auch eine sogenannte Neigetechnik. Das heißt, der Trick ist, dass ich sozusagen während der Fahrt das Fahrzeug bewegen kann wie der Valentino Rossi. Also ich kann es quasi umlegen und mich in die Kurve legen. Und die andere Version ist sozusagen die professionelle. Die gibt es auch mit verschiedenen Aufbauten. Die ist natürlich starr, weil da kann ich bis zu 200 Kilo damit transportieren. Von dieser Art von Fahrzeugen fähren zum Beispiel in der Schweiz schon seit sechs Jahren sechseinhalbtausend Stück herum. Jeden Tag, nämlich die Schweizer Post, transportiert damit täglich ihre Briefpost. Also ich würde sagen, das ist mal eine richtig gute Idee, das für die Post zu verwenden oder überhaupt auch zum Beispiel ein Päckchen auszutragen oder irgendwelche anderen Sachen, zum Beispiel im städtischen Bereich. Kann ich mir vorstellen, wird das eingesetzt? Ja, also es ist nicht nur städtisch, aber vor allem städtisch oder im Umfeld von Städten. Und man muss jetzt sagen, Dreiräder ist natürlich sehr viel sicherer als Zweiräder. Also es gibt ja auch sehr viele Verletzungen von den Postlern, die mit Fahrrädern, E-Bikes oder einspurigen fahren. Natürlich viel Gewicht mit und Kopfsteinpflaster nass in der Stadt und so weiter. Und der weitere Vorteil ist, sie sind ein bisschen massiver. Das heißt, auch beim Beschleunigen und Ähnliches kann ich mit den PKWs mithalten. Weil dank Elektroantrieb haben die ja richtig Kraft und richtig Energie. Zwar bei 45 beschränkt von der Endgeschwindigkeit her, aber das reicht ja innerstädtisch. Ich habe mich nämlich vorhin schon gefragt, ich hatte gedacht, ihr fahrt auch mit heute auf der 24 Stunden E-Competition mit einem von den Dreirädern. Aber das macht ihr jetzt nicht bei dem Wind, oder? Ja, also das ginge schon. Das Thema ist natürlich, die Fahrzeuge haben ja auch einen deutlich kleineren Akku, weil die Reichweite, die die Post braucht, zum Beispiel die Post braucht, liegt so bei 60, 70 Kilometer maximal am Tag. Und das ist ja ein weiterer Vorteil der Fahrzeuge, dass ja dieser sogenannte CO2-Rucksack auch weitaus geringer ist. Ich brauche ja keinen Riesenakku, wenn die nur 60, 70 Kilometer fahren. Das heißt, es würde bei einer 24 Stunden Competition betäufen, dass wir mehr laden als fahren. Das stimmt auch wieder. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Gefährt. Und Sie sagen, in der Schweiz fahren schon ganz viele davon rum. Wie sieht es jetzt in Deutschland aus momentan? Tendenz steigend. Also man muss auch sagen, dadurch, dass ja jetzt auch über die Städte viele Vorgaben kommen. Dieses Modell ist zum Beispiel jetzt eines, das auch kommunal genutzt werden kann. Da kann Müllkübel rein, da kann ich hinten die Besen draufstecken. Das kann ich mit einem akkubetriebenen Hundekot-Staubsauger ergänzen, wo der also quasi drauf sitzen bleiben kann und fährt und hat den Saugschlauch und kann das quasi von der Wiese aufsaugen. Es geht halt immer mehr auch um Effizienz. Also nicht nur, dass es umweltfreundlich-ökologisch ist, es geht um Effizienz auch am Arbeitsplatz. Und dafür sind diese Fahrzeuge klein, wendig. Die Post zum Beispiel, der muss nicht mal absteigen am Land draußen. Der fährt, bleibt am Fahrzeug sitzen, hat vorne den Postkorb und tut es direkt in den Postkasten. Der spart teilweise pro Haus um die 40 Sekunden. Und das summiert sich auf einen ganzen Tag, das hat die Post mal ausgerechnet, im Schnitt auf 32 bis 35 Arbeitszeitminuten. Das mal 6.500, jeden Tag ist eine Menge Holz. Also ich würde sagen, da sollten sich einige mal eine Scheibe abschneiden. Das bringt wirklich etwas, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Zeit, für die Arbeitszeit. Ihr seid aber heute auch hier unterwegs, ne? Ihr wollt auch gleich starten. Mit was startet ihr heute? Das ist ein Ford Mach-E von einem Freund und Kollegen. Und für mich ist es insofern eine Premiere. Also ich bin in meinem Leben schon 14 Mal am Nürburgring, 24 Stunden Rennen gefahren. Natürlich vom Saulus zum Paulus könnte man sagen, früher mit viel PS und Benzin. Und für mich ist das jetzt quasi auch eine Premiere mal 24 Stunden elektrisch. Also ich wünsche ganz, ganz viel Glück. Und übrigens über diese Bikes können Sie natürlich wieder Informationen bekommen. Die Website haben Sie, Adresse haben Sie gesehen. Und ich würde sagen, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Und ich bin gespannt, wie Sie heute abschließen. Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Ciao. Man kann als Besucher der 24 Stunden E-Competition nicht nur das Rennen und viele innovative E-Fahrzeuge bestaunen, sondern die meisten auch Probe fahren. Mal sehen, ob wir jemanden bei der Testfahrt begleiten dürfen. Hallo, darf ich euch mal kurz unterbrechen? Also ich nehme mal an, hier ist irgendjemand dabei, der was testen möchte, oder? Ja, ganz genau. Ich interessiere mich für den VW ID.3 hier. Unter anderem deshalb, weil wir den auch beruflich anschaffen möchten. Also wir haben beruflich im Unternehmen bei uns einen voll elektrischen Fuhrpark. Und der E-D3, der soll dieses Jahr noch mit dazu kommen. Deshalb will ich ihn einfach mal direkt hier auf dem Hockenheimring testen. Dürfen wir dich da jetzt begleiten beim Testen? Ja, natürlich, gerne. Okay, da sind wir jetzt mal gespannt. Und hier haben wir jemanden, der dann bei der Testfahrt mit dabei ist? Genau, richtig. Genau. Wir fahren jetzt mal den E-D3 Probe, schauen mal, wie die Fahrerlebnisse sind. Und wie gesagt, die Bedingungen sind ja bis jetzt gut. Und dann testen wir einfach mal. Dann würde ich sagen, wir reden gar nicht lange weiter, sondern wir legen direkt los. Wie war es denn? Ja, hallo. Also ich bin total begeistert. Und ich habe wieder gemerkt, ja, der E-D3 ist das richtige Auto für uns. Ich bin ihn einmal gefahren vorher, aber es ist schon lange her, da gerade Richtung Markteinführung. Und jetzt, ja, also habe wieder gemerkt, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Er ist ganz, ganz toll abgestimmt. Also ich wirklich perfekt geeignet, auch für unser Unternehmen. Und auch privat werden wir uns wahrscheinlich ein E-D3 zulegen. Genau, ich weiß, du hast ja vorhin gesagt, für euer Unternehmen. Also das ist also so, dass es wirklich schon gereicht hat. Diese Probefahrt hat dich überzeugt, ja? Die hat mich überzeugt, beziehungsweise nochmal bestätigt. Ich kann auf den Knopf drücken und wir werden das machen. Das ist natürlich toll, das ist gar nicht schlecht. So, und jetzt zu dir. Erzähl uns doch mal, was kann dieses Auto Besonderes? Ja gut, wie gesagt, hier haben wir so das reine Elektroauto von Volkswagen. Eines der ersten, die wir hatten. Natürlich gefolgt dann vorher von dem E-Up und dem E-Golf. Aber hier halt wirklich mit einer neuen Technologie, auch mit der Bodenplatte, mit der Batterie und was er schon sagte, für das Fahrgefühl einfach hervorragend, dieses Auto. Und das ist auch in der Anschaffung eigentlich so relativ günstig, oder? Ja, richtig. Also in der Anschaffung sehr attraktiv aktuell. Es gibt ja auch die Förderung, sage ich jetzt mal, vom Staat mit dazu. Der Hersteller hat auch dabei seinen Anteil und momentan wirklich sehr attraktive Raten und sehr attraktive Kaufpreise für die Elektromobilität. Wie sieht es aus mit der Reichweite? Die Reichweite ist je nachdem auch immer wetterabhängig, aber wir rechnen teilweise momentan mit 350 bis 450 Kilometer, die auch wirklich reell sind. Je nach Batteriegröße auch, ist auch natürlich davon abhängig, aber das sollte hinhauen. Und ihr seid heute aber auch da und geht mit dem an den Start, bei der 24 Stunden E-Competition? Heute leider nicht, nein. Okay, aber egal, dafür dürften wir Ihnen jetzt Probe fahren, das ist wirklich perfekt. Und vielen herzlichen Dank. So, jetzt habe ich einen jungen Mann an meiner Seite, der möchte gerne den Cupra testen. Hallo Mathis. Hallo. Warum ausgerechnet den Cupra? Den Cupra bin ich bisher tatsächlich noch nie gefahren und der ist mir vom Design her gleich aufgefallen. Von der Größe passt er auch ganz gut zu mir, deswegen dachte ich, den probieren wir einfach mal aus. Ja, ich finde auch, dass er zu so einem jungen Mann wie dir absolut perfekt passt, so sportlich, wie der jetzt da steht. Also ich bin gespannt, was du gleich erzählst. Hast du Erfahrung mit E-Autos? Bist du schon öfters mal mit einem E-Auto gefahren? Also ich bin tatsächlich gerade eben das erste Mal heute Morgen gefahren mit einem E-Auto, dann direkt auf der Rennstrecke. Das ist natürlich schon mal was anderes und jetzt gucken wir mal, was der so drauf hat. Ja, und ist das echt so ein großer Unterschied? Ich darf nachher erst, ich bin noch nie gefahren deswegen. Ja, also von der Beschleunigung, das macht schon mehr Spaß und dann noch direkt auf der Rennstrecke kann man nochmal ein bisschen mehr austesten, das ist schon was anderes dann. Also für dich ist es eine Option, ein E-Auto auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. In Zukunft kann ich mir das gut vorstellen. Dann sind wir mal gespannt, was er gleich zu berichten hat, wenn er wieder aussteigt. Der Mattis ist wieder angekommen mit dem Cupra und ich frage ihn jetzt, wie es war. Hallo, aussteigen bitte. Wir sind schon ganz gespannt auf dein Urteil, wie war es denn? Es war sehr cool, also gerade für so einen kleinen Flitzer, der geht schon gut ab dann auf der Rennstrecke. Das war schon eine sehr coole Erfahrung mal zu machen, auf jeden Fall. Gefällt mir, sehr gutes Auto. Also es wäre jetzt wirklich ein Favorit für dich? Du würdest es gerne haben wollen, wenn du könntest? Ja, ich glaube, das passt von der Größe und so ganz gut zum jungen Mann. Geht auch gut voran, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Option. Okay, super. Dann frage ich jetzt mal den Experten, was es über den Cupra alles zu wissen gibt. So, gehen wir mal zu ihm hin. So, hallo. Guten Tag. Sie sind hier der Experte für diesen Cupra. Was gibt es über dieses Auto zu wissen? Ja, der Cupra ist unser neues Elektroauto, das erste der Marke Cupra, basierend auf der ID.3-Plattform von Volkswagen, aber deutlich sportlicher interpretiert. Also man sieht es auch schon, allein im Anblick, die Aufnahmen werden es ja wahrscheinlich zeigen, dass er da deutlich sportlicher ist und nicht nur optisch, sondern aber auch vom Fahrverhalten. Also auch das Fahrwerk und die ganze Dynamik im Fahrzeug ist einfach eine ganz andere. Und er ist ja auch, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, er ist ja auch, wie soll ich ihn sagen, jetzt nicht so teuer. Man kann ihn sich also wirklich auch leisten. So ist es, genau. Und das merken wir auch in den Verkaufszahlen. Also aktuell ist er sehr beliebt und weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis für viele stimmt. Und wie ist es mit der Reichweite bei ihm im Moment? Angegeben, um die 400 Kilometer. Die ist natürlich sehr optimistisch. Das heißt, so 350, 370 Kilometer haben wir aber in jedem Fall. Die haben wir auch, da ich ein aktuelles Dienstwagen fahre, öfter schon erreicht. Und geht er heute eigentlich auch beim Rennen mit oder ist er jetzt heute nur zum Probefahren da? War ursprünglich geplant. Wir sind jetzt aber doch aus organisatorischen Gründen nicht im Rennen dabei. Einfach, dass wir lieber unseren Kunden die Probefahrt anbieten. Ist uns wichtiger, als das Rennen eben zu fahren. Vielen herzlichen Dank für die Information. So, ich habe jetzt das unglaubliche Glück, ich darf mal Probefahren. Aber ich muss dir gleich sagen, ich bin noch nie in einem E-Auto gefahren. Und schon gar nicht auf dieser Strecke. Hast du Angst? Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, das bekommen wir hin. Das Fahrwerk ist genial eingestellt. Was wir ein bisschen aufpassen müssen, wir sind ja frisch gegessen. Aber ansonsten werden wir gleich viel Spaß haben. Okay, ich hoffe, ihm wird nicht schlecht. Und drücken Sie mir die Daumen, liebe Zuschauer. Ich fahre jetzt das allererste Mal in meinem Leben ein E-Auto und ich werde Ihnen danach berichten, wie es war. Dann, das ist wirklich total verrückt. Das erste Mal überhaupt mit einem E-Auto loszufahren. Hier ist es auch total verrückt, hier das mit den, ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt, diese Spiegel in Anführungszeichen. Das Wild wird dahin projiziert. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber hat jetzt gut geklappt. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Ich fahre hinter dem Jaguar da vorne her. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Also das Gefühl ist wirklich ein ganz anderes. Ich fahre mal an denen vorbei hier. Juhu. Ich weiß nicht, wer da gerade fährt. Ah, der Franz, den haben wir vorhin interviewt. Was hier auch total interessant ist jetzt, das ist, dass man da vorne in quasi in der Frontscheibe sieht, wie schnell man fährt. Das ist schon auch verrückt. Das ist so eine Rückspiegelung. Dieses Auto fährt sich wie Butter. Das ist so schön. Ich fahre Audi sowieso sehr, sehr gerne. Aber dieser E-Tron ist sehr spannend. Ui, das ist aber eine ganz schöne Kurve. Festhalten. So, jetzt beschleunige ich mal ganz arg. Das geht wirklich schneller als mit einem normalen Auto. Und man hört nur das Rauschen des Windes. Faszinierend. Ich hoffe nicht, dass der hinter mir mich jetzt überholen will, weil ich hier so ein bisschen seltsam die Kurven nehme. Aber man muss das alles mal erstmal ausprobieren. Tolles Erlebnis. Kann ich echt nur jedem raten, das mal zu machen. Wenn man sich vorstellt, hier auf der legendären Grand Prix Strecke, wer hier schon alles gefahren ist, was hier für Rennen ausgefochten worden sind. Aber hier geht es ja, wie gesagt, heute nicht um Rennen, sondern um Strategie. Dann wird man ganz ehrfürchtig. Ich hoffe, meinen Beifahrern wird es jetzt nicht schlecht hier, wenn ich die Kurven so nehme. So, das war jetzt wirklich ein mega Erlebnis. Also ich habe vielen, vielen herzlichen Dank. Ein Traum hat sich für mich erfüllt. Also vor allen Dingen, ich fahre Audi wirklich sehr gerne. Aber jetzt noch den e-tron heißt er wahrscheinlich. Genau. Also das war wirklich ganz, ganz toll. In den Kurven liegt der perfekt auf der Straße. Die Beschleunigung ist der Hammer. Ich habe manchmal gar nicht gemerkt, wie schnell ich plötzlich gewesen bin. Gott sei Dank sind meine Kollegen so tough und müssen sich jetzt nicht übergeben wegen der Kurven. Nee, es war ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Was gibt es denn über dieses Auto noch Besonderes zu sagen? Ja gut, wie wir jetzt sehen, haben wir hier die virtuellen Außenspiegel. Das ist auch so eine ziemliche Neuheit bei dem Fahrzeug. Beziehungsweise gab es schon von Anfang an, aber gibt es so bei relativ wenigen Fahrzeugen auf dem Markt. Wir haben hier auch die Coupé-Form bei dem e-tron Sportback und gibt es aber auch noch in der normalen Version. Und wie gesagt, das ist echt ein klasse Auto. Da kann ich jedem empfehlen, sich da mal ein Bild von zu machen und einfach mal zu testen. Also ich würde auch sagen, es lohnt sich wirklich. Machen Sie mal eine Probefahrt. Das ist wirklich ein Auto, das ich jedem empfehlen kann. Dann hat es natürlich auch noch eben durch diesen ganzen Sportcharakter, denn es hat diese Sportlichkeit mit drin. Aber es ist auch so ein bisschen für SUV-Liebhaber trotzdem auch wirklich geeignet. Also doch, ich bin begeistert. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Tschüss. 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 So, ich stehe jetzt hier zusammen mit meiner Co-Moderatorin und Expertin Ursula Chloé. Heute ist sie aber übrigens nicht als Moderatorin oder Expertin hier, sondern als Teilnehmerin eines Teams. Du fährst heute mit, habe ich gehört. Ja, genau. Wir fahren die 24-Stunden-E-Competition, die wir zusammen mit dem ADAC hier aufsetzen am Hockenheimring, mit dem Ford Mustang Mach-E. Ich bin gespannt. Ich auch. Vor allen Dingen würde mich jetzt mal interessieren, ich glaube unsere Zuschauer auch, was musstet ihr als Team im Vorfeld machen? Mit welcher Firma bist du überhaupt hier? Und erzähl einfach mal ein bisschen. Genau. Also ich bin hier mit unserem Partnerinstitut. Wir haben ja eine Beratungsagentur zum Thema Neue Mobilität, you know. Und wir haben ein Expertennetzwerk und der Matthias Grohr mit seinem Institut für Neue Mobilität in Berlin ist einer unserer Partner. Und da ist so die Idee entstanden, wir fahren hier mit, mit einem Auto und gucken mal, wie weit wir kommen, weil es ist ein Reichweitenwettbewerb. Also wir fahren 24 Stunden. Wir haben eine Lademöglichkeit, die wir aber mit unserem Team, das auch hier in der Garagenbox ist, uns teilen. Das heißt, wir müssen uns absprechen, wie das mit dem Laden dann irgendwie so funktioniert. Und das Team, das am weitesten kommt in den 24 Stunden, hat gewonnen. Genau. Habt ihr euch da jetzt irgendwie drauf vorbereiten können? Ne. Also wir sind jetzt hier mal Proberunden gefahren. Das ist jetzt vom Veranstalter her auch so ausgerichtet, dass man einfach mal auf dem Kurs fährt, weil nicht alle sind schon mal auf einer Grand Prix-Strecke gefahren. Es gibt ja eine Haarnadelkurve und noch bestimmte andere Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ja, auch so ein bisschen mit dem Auto vertraut zu werden. Und ansonsten, ja, wir fahren alle E-Auto im Alltag. Insofern wissen wir, wie das ist mit der Rekuperation und mit dem Bremsen und so weiter. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Sag mal, wie viele Leute sind denn in so einem Team? Also wir konnten zehn Leute maximal melden und davon dürfen maximal sechs fahren. Also wir haben sozusagen vier Supporter dabei, die uns mit Brötchen, Bananen, Wasser und Saft versorgen über die 24 Stunden. Und wir sechs wechseln uns ab. Wir dürfen maximal zwei Stunden am Stück fahren und müssen dann zwei Stunden Pause machen. Und haben uns jetzt mal so ein bisschen abgesprochen und eingeteilt, wie wir uns jetzt so die nächsten Stunden vorstellen. Wir müssen mal gucken, auch wie das mit dem Verbrauch ist. Und ja, dann müssen wir zwischendrin ja auch mal laden. Die Idee ist, dass wir das am Stück machen und alle ein bisschen schlafen gehen heute Nacht. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Genau, da habe ich mir nämlich echt Sorgen gemacht. Wie ist das mit dem Schlafen gehen? Ob man da zwischendurch tatsächlich ruhen kann? Weil wir sind jetzt hier in der Boxengasse 17, ne? Genau. Genau. Und wo schlaft ihr dann? Im Hotel, im Motodrom-Hotel. Da gibt es unter der Stadt Zielgerade, gibt es einen Verbindungstunnel. Da kann man durch mit der Hotelkarte. Wir haben alle Zimmer. Und ja, ich denke, wir werden nicht allzu viel Zeit dort verbringen, aber hoffentlich ein bisschen. Und das geht jetzt auch gleich los, glaube ich, in 20 Minuten. Dann müsst ihr anfangen, dann eure Testfahrten zu machen. Genau. Also in 20 Minuten geht es los. Es ist verpflichtend, dass wir nochmal eine bestimmte Anzahl an Runden fahren. Dann gibt es zwei Einführungsrunden mit dem Pacecar, wo absolutes Überholverbot ist. Und dann gibt es die Startaufstellung und dann geht es los. Ich habe vorhin übrigens auch gesehen, dass ihr alle Westen anhattet und so, woran man euch jetzt erkannt hat. Das zieht ihr jetzt gleich auch wieder an? Ja, klar. Also wir haben Westen, damit man uns als Team erkennt. Wir haben Schals, wir haben Kaffeetassen mit dem Namen drauf und mit der Veranstaltung. Also wir haben uns so ein bisschen vorbereitet, wie die anderen Teams hier auch. Genau. Das ist echt total toll. Sagt man, die wievielte 24 Stunden E-Competition ist das denn? Das ist die allererste. Das ist unsere Premiere. Wir haben im Rahmen vom E4-Testival 2019 einen 12-Stunden-Nachtlauf gehabt, weil wir ja tagsüber für die Besucherinnen und Besucher die Strecke gebraucht haben für die Probefahrten und haben dann von abends acht bis morgens achtmal so einen 12-Stunden-Lauf gemacht, um auch für uns mal auszuprobieren, ist das eine schöne Veranstaltung, macht es Spaß. Das finden wir Leute, die da Lust haben mitzumachen. Klares Ja. Und ja, dann waren wir ein bisschen ausgebremst mit Corona, aber jetzt, das ist jetzt die Premiere und die Idee ist das, sowohl am Hockenheimring mehrmals zu machen als auch auf anderen Rennstrecken mal gucken. Also jetzt warten wir mal dieses Wochenende ab und dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Wow, also ich finde es eine ganz, ganz tolle Veranstaltung und Hut ab. Jetzt ist es natürlich auch noch so, jetzt haben wir heute Nacht extrem Wind gemeldet nochmal. Ich drücke euch megamäßig die Daumen, dass trotzdem alles gut geht und vor allen Dingen eurem Team. Ich bin für euer Team. Danke. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Auto nochmal ein bisschen an und ihr könnt euch jetzt mental und seelisch darauf vorbereiten, was die nächsten 24 Stunden auf euch zugeben. Machen wir. Dankeschön. Danke auch. Langsam wird es spannend. Testfahrten sind jetzt nicht mehr möglich. Die teilnehmenden E-Autos kommen nacheinander aus den Boxengassen und die Teams bereiten sich auf die Warm-up-Runden vor. Bevor es an den Start geht, werden pro Teilnehmer je zwei Einführungsrunden hinter dem Pace-Car gefahren, um sich mit der Rennstrecke vertraut zu machen. Also, so langsam wird es spannend. Jetzt gleich in 15 Minuten, würde ich sagen, geht es hier los. Sie sehen, die Autos haben sich jetzt aufgestellt von den unterschiedlichen Teams. Einige machen ganz, ganz kurz noch Teamfotos und gehen nochmal in sich, um ihre Strategie abzusprechen. Aber jetzt wird es gleich wirklich spannend und wir sind auch schon ganz gespannt auf den Start. Wir haben ja vorhin schon so ein paar Autos sich einfahren sehen, aber das ist natürlich jetzt nochmal was ganz Besonderes, wenn die hier aufgereiht stehen an ihren Startpositionen und wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen. So, wie man ganz, ganz genau gehört hat gerade eben, noch eine Minute, dann geht es los. Das Rennen startet endlich, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet und ich kann nur sagen, ich wünsche den ganzen Teams, die da jetzt starten, viel Glück. Die Siegerteams der Gesamtwertung lauten wie folgt. Platz 1 ging an das Team Tesla Roadster Classic der Neuss GmbH im Tesla Roadster Sport. Platz 2 ging an das Team WHB Charging, der WHB Metall Design & Charging GmbH im Hyundai Kona Elektro. Platz 3 ging an das Team Energy Control der Heidelberger Druckmaschinen AG im Kia e-Niro. Um alle Platzierungen der unterschiedlichen Klassen zu sehen, gehen Sie auf 24stunden-e-competition.com. Müde aber glücklich durfte am Ende des Rennens das traditionelle Sektspritzen auf dem Siegertreppchen und das gemeinsame Anstoßen natürlich nicht fehlen. Das war sie, die 24 Stunden e-Competition gesponsert vom ADAC und es war keine Sekunde langweilig. Man konnte Autos testen, man hat Informationen bekommen rund um die E-Mobilität und ich kann wirklich nur jedem sagen, kommen Sie mal vorbei. Das lohnt sich wirklich. Vielleicht sind Sie ja das nächste Mal auch als Team dabei. Sie wissen ja, man kann sich auch als Team anmelden von irgendeiner Firma, wie auch immer Sie möchten. Und ich kann Ihnen nur sagen, das war die kleine Schwester der großen Veranstaltung. Denn die große Veranstaltung, das E4-Testival, findet statt vom 28. bis zum 30.10. diesen Jahres. Da müssen Sie unbedingt kommen. Das ist alles nochmal eine Nummer größer. Dazu gibt es übrigens demnächst auch wieder Karten zu gewinnen. Deswegen bleiben Sie dran und ansonsten gehen Sie doch mal auf e4-testival.com. Da kriegen Sie noch mehr Informationen zu allem rund um den Hockenheimring und dieser grandiosen Grand Prix-Strecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.